Wie funktioniert das Glissando beim Trompete spielen? Das ist das Thema des heutigen Videos. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetentraining. Mein Name ist Nico von Nikolai.com Trompetentraining und heute beschäftigen wir uns kurz mit dem Glissando auf der Trompete. In Konzertliteratur, aber auch bei Unterhaltungsmusik, Ue-Musik und so weiter und so fort wird es mittlerweile auch schon häufiger gefordert. Und zwar das Glissando auf der Trompete. Wir behandeln dieses Glissando heute anhand von einem Stück Cherry Pink und in diesem Stück kommt dieses Glissando ja häufig vor. Wenn man bei Auftritten unterwegs ist oder es auch selber spielen musste und sich dem Glissando annähert, heißt es immer, diese Stelle am besten mit halben Ventilen spielen. Das ist absolut richtig, aber heute zeige ich euch, wie ihr nicht nur mit den halben Ventilen das Ganze spielt und dann nur der verstopfte Klang der Trompete zustande kommt, sondern wie die Töne sich auch richtig nach unten durchbiegen und auch wieder nach oben durchkommen, damit man eben diesen Effekt bravourös aufführen kann. Ich mache es euch einmal vor, damit ihr auch wirklich wisst, worum es mir geht. Ich denke, ihr kennt dieses Stück bzw. ihr wisst, welchen Effekt ich meine. Dieses Durchbiegen, in dem Fall jetzt von dem C2 nach unten und eben wieder zurück, sollte auch natürlich sauber gespielt werden, aber auch intensiv, das heißt, dass der Klang, wenn möglich, immer da ist und das Publikum bzw. man selbst und auch die Mitmusiker ganz genau merken und spüren und natürlich hören, was da gerade eben passiert und wann das Orchester, die Band wieder mit einsteigen kann und dementsprechend den Solisten begleiten kann. Wie funktioniert denn nun dieses Glissando? Ihr habt es gerade eben schon gesehen, wie ich kurz diesen Anfang von dieser Solostelle von Cherry Pink angefangen habe zu spielen, mit halben Ventilen. Das heißt, ich bewege meine Finger nach unten mit den Ventilen, auf halbem Wege ist aber das Ganze dann schon erreicht und es geht wieder nach oben zurück. Wenn das alles wäre, dann würde sich das so anhören. Das heißt, man hat zwar diesen Ton C2 anfänglich, verstopft, also bekommt diesen verstopften Sound, diesen verstopften Klang auf der Trompete hin, eben durch diese halben Ventile, macht die Ventile wieder nach oben und kommt wieder auf dem C2 heraus. Das Ganze hat aber noch einen zweiten Faktor, der berücksichtigt werden muss, und zwar dieses Durchbiegen der Töne. Ich verlinke euch hier oben in der Infoleiste gerade mal das Video zum Tönebiegen, da sind wir genau drauf eingegangen. Für dieses Video zeige ich euch das Ganze mal anhand von den Tönen C2 auf G2 nach unten gebogen, ohne die halben Ventile, sondern nur mit den Lippen nach unten im Glissando durchgezogen. Also ohne die Ventile zu bewegen, diese beiden Töne mit einem Glissando verbinden, das möglichst nicht abreißt und das nennt sich dann Töne treiben. Bei diesem Glissando, wie wir es gerade eben bei diesem Stück zu benutzen haben, geht es eben darum, dass wir die halben Ventile, aber auch dieses Töne nach unten treiben kombinieren. Ganz wichtig, wenn man diese Töne treibt, beziehungsweise auch die Töne mit den halben Ventilen nach unten biegt, mit der Luft unbedingt dranbleiben. Das heißt, weiter pusten, nicht die Luft wegnehmen. Dadurch, dass die Luft ja weniger Platz hat, weil die Rohre eben durch diese halben Ventile ja zur Hälfte geschlossen sind, geht eben auch der Klang verloren. Das heißt, wenn ich nach unten oder nach oben biege, sogar eher noch mit der Luft drauf gehen, als die Luft wegnehmen, damit der Klang einfach immer da ist und dementsprechend der Effekt auch gehört werden kann. Ich mache es euch noch einmal vor. Wenn ihr die Ventile nach unten drückt, aber nicht wirklich bis zur Hälfte kommt, dann habt ihr folgenden Effekt. Hört mal hin. Dann bricht an einem gewissen Punkt das C2 eben zu einem verstopften G1 nach unten. Das heißt, ich muss die Ventile etwas weiter nach unten drücken, damit ich diesen verstopften Effekt eben gut hinbekomme und der Ton eben nicht nach unten wegbricht. Ich mache es noch einmal vor, wie sich es gehört. Und dann geht das Glissando eben auch klanglich komplett durch. Also, folgende Punkte sind zu berücksichtigen. Der Klangeffekt kommt durch die halb gedrückten Ventile zustande. Dabei muss ich die Töne aber nach unten treiben und wieder nach oben treiben. Das heißt, Ventile halb durchdrücken, den Rest der Arbeit machen dann die Lippen, die eben das C2 nach unten ziehen und wieder nach oben bringen. Auch bei anderen Tönen natürlich, aber in dem Fall war es eben der Ton C2. Die Luft unbedingt weiterpusten, wenn nicht sogar etwas mehr reinpusten, damit der Klang weiterhin zu hören ist. Oft ist es so, dass man die Luft wegnimmt, der Klang verschwindet und dann ist der Effekt zwar gespielt, aber keine Ahnung gehört. Also unbedingt aktiv mit der Luft diesen Klangeffekt führen. Wenn ihr jetzt das Ganze üben möchtet, empfehle ich euch unbedingt das Töne treiben. Wie gesagt, das Video habe ich euch oben gerade eben verlinkt. Ihr könnt aber auch noch meine Suchleiste danach gucken. Töne treiben beim Trompete spielen, aber auch ausprobieren, wie es klingt, wenn ich die Trompete mit halb geschlossenen Ventilen spiele und das auch wieder nach oben bringe. Das heißt, ihr sucht euch bequeme Töne C2, G1, je nachdem was ihr spielt und probiert einfach mal ein bisschen rum. Wie klingt es, wenn ich ein, zwei, drei Ventile benutze, richtig runterdrücke, zur Hälfte runterdrücke, nur viertel nach unten drücke und so weiter und so fort. Also da kann man etwas rum experimentieren. Es kommt vor allem darauf an, dass man eben die Luft weiter fließen lässt. Wenn ihr ein gutes Gefühl dafür entwickelt habt, dann probiert es ruhig mal die Töne nach unten zu ziehen. Ihr könnt euch auch ein Stimmgerät hinstellen, damit ihr merkt, dass es wirklich nach unten geht oder auch wieder nach oben. Aber ich denke, wer mit offenem Ohr Trompete spielt, der hört das trotzdem auch ohne Stimmgerät sehr gut. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einen Schritt näher an das Glissando-Spiel bei der Trompete bringen. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch jederzeit. Meine Kontaktdaten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich euch viel Erfolg beim Üben eures Trompetenspiels. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetentraining. Lasst am Ende noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ungemein. Wir sehen uns nächste Woche, wie gesagt, bis dahin und ciao!